ja hallo youtube heute wollte ich euch mal mein böcker plus quaken zeigen das habe ich ein bisschen umgebaut und darum nehme ich euch mal mit an meine lieblings angel stelle im harz und so sieht es jetzt aus das quaken ist von einem messermacher aus new mexico der heißt lucas bernley ich habe dem messer griffschalen aus imbuja das nennt man auch pfefferholz und kommt aus brasilien verpasst das ganze messer habe ich zu einem flipper umgebaut ist ein relativ bekannter mod für das messer und die für meinen geschmack viel zu große scheibe diese teller scheibe um das messer normalerweise einhändig zu öffnen habe ich so weit runter geschliffen dass nur noch wirklich ein halber millimeter stehen geblieben ist so kann man es mit dem fingernagel auch aufmachen dazu passend habe ich noch ein kugelschreiber aus imbuja gedrechselt weil beim angeln muss man ja auch seinen fang ins fangbuch eintragen und so passt wieder alles zusammen so zum schluss habe ich noch ein paar fotos hinten dran gehängt ich hoffe euch hat es gefallen danke fürs zuschauen